Frau Präsidentin, Herr Senftleben, vielen Dank für die Möglichkeit, ich sage mal, noch mal darauf zu reagieren. Also erstens, Herr Senftleben, ich bin mehr als optimistisch für die Zukunft dieses Landes Brandenburgs, weil ich glaube, dass die Einwohner und die Bewohner des Landes Brandenburg in den letzten 25 Jahren gezeigt haben, dass sie Strukturumbrüche nicht nur annehmen, sondern dass sie sie auch gestalten können. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, dass wir in Brandenburg eine gute Zukunft haben, wenn wir denn unsere Potenziale wahrnehmen und sie auch umsetzen. Und deswegen begrenzen wir kein Wachstum. Nein, das machen wir nicht. Sondern es geht darum, genauso, wie es in allen anderen Bundesländern passiert, Wachstum dorthin zu bringen, dort zu erzeugen, wo es möglich, richtig und notwendig ist, und nicht Wachstum zu begrenzen. Und meine Damen und Herren, wenn ich mir die Steuerdeckungsquote des Landes Brandenburgs angucke, dann kann man doch nicht im Ernst davon reden, wir sind jetzt bei über 70 Prozent, dass wir in den letzten Jahren Wachstum begrenzt haben. Nein, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Was gemacht werden muss. Und ich glaube, in dem Punkt des Senftleben werden wir uns möglicherweise auch inhaltlich annähern. Ich komme aus der Stadt Bernau. Die Stadt Bernau hat ihr Wachstum auf 2 Prozent pro Jahr begrenzt, weil sie einen Bevölkerungsdruck sozusagen erlebt und jetzt soziale Infrastruktur aufbauen muss. Das ist völlig richtig. Aber das ist ein gesteuertes Wachstum und nicht Begrenzung von Wachstum, sondern das ist das Herstellen von Verfügbarkeit, von Fläche, von sozialer Infrastruktur, um genau mit dem Wachstum umgehen zu können. Und insofern, nochmal, ist das, was aus meiner Sicht ihr zentraler Vorwurf, dass wir Wachstum im Land Brandenburg begrenzen bzw. nicht zulassen wollen, schlicht und ergreifend falsch. Und insofern bitte ich auch bei der Diskussion zum Landesentwicklungsplan nochmal die Mobilitätsstrategie, das soziale Wohnraumfördergesetz, was wir jetzt gerade im Ausschuss gehabt haben, was gerade ermöglichen wird, dass sozialer Wohnraum überall geschaffen werden kann, wo es notwendig ist, beispielsweise, was auch finanziell abgedeckt ist, wo wir uns mit den Kommunen in vielen Einzelgesprächen standortbezogen darauf verständigen, zu welchen Konditionen hier, ich sage mal, sozialer Wohnungsbau stattfinden kann. Herr Abgeordneter, Sie müssen jetzt auch im Schluss kommen. Das mit einzubeziehen und dann eine Bewertung abzugeben. Ich freue mich jedenfalls auf die politische Diskussion im Weiteren. Danke. Danke. Wir sind jetzt beim nächsten Redner. Das wäre der Abgeordnete Raschke.